Yuan Bo steht in Turn 13 kurz davor, schon den gesamten Nordosten zu kontrollieren. Was heißt kurz davor? Das ist genau das, was jetzt passieren wird. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Das hier ist das Ende von Clan Spittel. Und wir nehmen das Ganze einfach ein. Und jetzt ist, äh, ja, das war geworden, was ich gerade eben im Grunde angekündigt habe. Wenn man eine weitere Mission bekommt für die Klinge von Zhen Wu. Okay. Die macht Chaos-Korruption. Das ist mal ein kritisches Teil. Gott, oh Gott, oh Gott, wie viele Meldungen? Ist in Ordnung. Es interessiert mich doch gar nicht, dass die alle tot sind. So, also ihr seht es, jetzt kontrollieren wir all das hier. Und wenn wir alles richtig machen, wird es demnächst sogar noch mehr werden. Ähm. Ich mache jetzt hier nochmal den Steinblick, dann ist das abgeschlossen. Jetzt können wir theoretisch auch in diese Richtung gehen. Äh, wir können... Ich gucke mal gerade eben, wo die Boni noch dabei sind. Nee. Hier. Können wir noch mehr Führerschaft noch bekommen für die Onyx-Cray-Männer. Und noch Geschossresistenz. Die Geschossresistenz finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass für diese Flieger. Weil das ist so ziemlich die einzige Schwäche, die sie in meinen Augen tatsächlich haben. Und die wird ihnen dadurch so ein bisschen abgenommen. Das hier kann ich auch noch wieder abreißen. Du regenerierst hier noch. Entschuldigung. Und ich werde jetzt hier gleich mal die Armeen entsprechend zusammenführen. Wobei, das kann ich ja nicht jetzt schon tun. Ähm. Das hier zum Beispiel hätte ich gerne ausgetauscht. Und ich werde natürlich die beste Einheit hier noch mit reinnehmen. Ich werde hier diesen Longma ihm geben. Und stattdessen nochmal einen Krähenmann nehmen. Weil ich finde die Krähenmänner vor allem bei ihm einfach so mega cool. Ich weiß nicht mal, ob ich diese Longmas behalten soll. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass die Krähenmänner wirklich, wirklich besser sind. Aber darüber kann man diskutieren. Situationsbedingt. Na guck mal, die kosten 364 Unterhalt. Die 156. Die sind angeblich Tier 3. Aber die Krähenmänner, sie machen halt einfach mehr Rums. Sie machen einfach mehr Rums. Ich glaube, ich mache das sogar. Ich schmeiße die Longmas hier raus. Gut. Du kannst nächste Runde dann in die Siedlung reingehen und sie übernehmen. Wir forschen jetzt hier die reduzierten Kosten für alle Young-Einheiten. Und freuen uns darüber, dass es hier vorangeht. Ich bin bloß am überlegen, ob ich... Ne, komm, wir machen einfach direkt weiter. Ob ich Geld spare. Dann können wir nämlich direkt hier den Weijin-Kram schon machen. Ich glaube... Ne, das habe ich extra gerade eben ausgebaut. Ich glaube, dass ich das hier irgendwann mal niederreißen muss. Ich werde irgendwas niederreißen müssen in absehbarer Zeit. Oder ich warte einfach bis zur nächsten Stufe. Das können wir auch machen. Hier können wir jetzt noch Gold produzieren. Noch mehr Wachstum. Das löst auch einige unserer Probleme. Und wir haben die nächste Siedlung eingenommen. Wir machen hier auf Kontrolle. Die Diplomatie... ...ist momentan noch nicht wirklich besser geworden für uns. Aber wir können uns definitiv nicht beschweren. Was wir hier erlebend haben, ist de facto ein Kickstart. Also Yuanbo, für mich bis jetzt... ...wenn man diese Strategie fährt, wie ich sie bis jetzt hier fahre... ...eigentlich ein No-Brainer. Die imperialen Wachen wurden von den nördlichen Provinzen konföderiert. Das ist ungünstig. Das wurde natürlich jetzt an den Missionen abgebrochen. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Ja, wir gehen jetzt hier einfach von Siedlung zu Siedlung. Und dann können wir uns nämlich darauf spezialisieren. ...und vielleicht das Schildkröten-Tor hier in der nahen Zukunft hier zu verteidigen. Jetzt kennen wir das Rheikland. Und es lebt noch. Die Ostmark ebenso. Hm. Das wollte ich nicht. Es hätte eine Konfederation geben können... ...wenn die nördlichen Provinzen nicht schneller gewesen wären. Jetzt will ich aber gerade hier nochmal gucken, kann ich eventuell das Rheikland... ...dazu bewegen, in einen Krieg einzutreten, in dem ich sowieso niemals vorhabe, mitzumachen. Aha, die Chancen sind da. Schaut euch das mal an. Äh, und was ist, wenn ich den da noch mit dazu nehme? Auf einmal tut er es. Oh, das ist doch fantastisch. Und jetzt habe ich Sicht... ...über das Gelände. Und der Witz ist, ne... ...das ist so weit weg, dieser Krieg spielt für mich gar keine Rolle. Aber ich habe dadurch jetzt hier schon mal... ...Kontakt jetzt hier mit den anderen imperialen Reichen bekommen. ...und werde dadurch vielleicht schon in der nächsten Runde neue Möglichkeiten haben, mit denen zu interagieren. So... ...du bleibst jetzt hier noch stehen. Wir bauen... ...Jing Po aus. Jing Po wird, äh, uns noch Diamanten... ...bieten können. Und später noch eine besondere Siedlung, die unsere Astromanten verbessert. Wir sind aber noch nicht so weit. Wir müssen erstmal jetzt hier auch nochmal für Wachstum sorgen. Stück für Stück. Verbessern wir das jetzt hier alles. Auch hier gibt es jetzt neue Möglichkeiten. Wir sind jetzt auf Stufe 3. Ähm. Ja, verbessern wir das hier noch. Wie lange dauert das noch? Noch einen Turn. Perfekt. Nächste Runde können wir also einen Geschäftsdistrikt definieren. Natürlich haben wir jetzt Krieg. Mit Asassel. Die alte Assel schon wieder. So, das durfte es schon gewesen sein. Genau, jetzt haben wir 4. Dummerweise muss ich jetzt hier bloß wieder mal kämpfen. Ja. Das wird wahrscheinlich jetzt wieder genauso laufen, wie das Ding. davor. Wir stellen uns jetzt hier auf, weil sie sind ja schließlich der Angreifer. Fupp. 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 Ach komm, wir machen sogar noch eins mehr. So. 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 Dieses Mal so. Spielt ja nicht die große Rolle. Und du noch da ein. Komm zu Papa. Ich sehe sie noch gar nicht. Da sind sie. Der wird wieder volle. Kann ja auf die Mitte drauf rennen, ne? Man darf halt nicht vergessen, dass die Speerkämpfer 17 Bonus gegen Infanterie haben. Das ist für eine Tier 1 Speerträger-Einheit enorm gut, Leute. Was wir sehen. Also sucht teilweise ihresgleichen. Tja, das hat nicht so gut geklappt, ne? Du drehst dich in diese Richtung. Jetzt greifst du noch hier mit an. Du gehst jetzt hier auf die Flankierung. Verfolgst du die Knoblaas. Die Speerkämpfer hier bekommen tatsächlich ein bisschen ihr Fett weg, aber... Das ist auch nicht allzu wild. Es sind halt ein bisschen mehr große, böse Jungs auf ihrer Seite. Als üblich. Der Zerfleische rennt davon. Ich glaube, wir können wirklich auf die Dreifache gehen. Oh, die Speerkämpfer haben sich tatsächlich in die Flucht schlagen lassen. Das habe ich so nicht erwartet. Aber es ist passiert. Das war's. Das Wichtige ist, dass sie noch leben. Das ist alles, was zählt. Sonst hätte ich sie ja gleich verfüttern können, ne? Also Flussverstaukungsrate. Wir sind dran. Und jetzt kommt der große Moment. Wir können unsere Siedlung jetzt hier umwandeln. Ah, wir haben einen Astronomanten bekommen. Nett. Dann musst du jetzt erstmal eine ganze Weile laufen, du bist du da oben bist. Also gut, 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 gut. Jetzt werden wir die Festungsstadt machen. Wie gesagt, Hauptsiedlung muss mindestens Tier 3 sein. Kostet 4 mal Stahl. Anwendung wird jetzt hier Boni bringen. Ihr seht, diese Gebäude haben momentan noch keine Boni. Hier einfach nur Jadekrieger, Jadekrieger, Armbrustschützen. Hier verschiedene Arten von Artillerie und Kriegsmaschinerie. Das wird jetzt anders sein. Je nach Level bringt das hier uns nämlich jetzt hier mehr lokale Rekrutierungskapazität. Bis zu 3, wie ihr sehen könnt. Hier bei der Artillerie gibt es jetzt hier noch mehr Munition für alle Armeen bis zu 10%. Und das betrifft auch noch natürlich das hier. Hier gibt es noch Rang bei der Rekrutierung bis zu 3. Das klingt jetzt erstmal nicht nach viel. Aber wenn wir das Ganze jetzt hier noch kombinieren mit einer ordentlichen Youngstadt, dann haben wir halt schon mal plus 6 lokale Rekrutierung in der lokalen Provinz. Und das ist dann schon ein ziemlich heftiger Bonus. Und wir haben dann insgesamt sogar plus 5 lokale Rekrutierungskapazitäten. Also wir könnten dann innerhalb kürzester Zeit mit enormen Rabatten große Armeen aufstellen. Das ist das, was ich jetzt hier vorhabe in diesem Gebiet. Ähm, warte mal, was haben wir denn da? Bist du... Du bist ja Yin! Ne, du sollst Young sein. Verdammte Axt. Du bist ja völlig das Falsche. Ähm... Das soll ja schließlich auch eine Youngstadt hier sein. Äh, gut, gut, gut. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt das hier doch nochmal abreißen. Äh, weil ich es gerade eben einfach nicht brauche. Oder? Ne, ich brauche es gerade eben tatsächlich nicht. Wir gehen jetzt hier runter. Und starten dann, sobald wir die 15.000 haben, dieses astromantische Relais. Und werden das später einfach alles wieder neu aufbauen. Du... Ach komm. Du gehst auch jetzt wieder hier rüber. Wir werden hier unten erstmal niemanden brauchen. Das ist meine feste Überzeugung. Wir werden da unten erstmal niemanden brauchen. So, äh, wir holen jetzt hier auch hier die Versteckenlager. Mehr Verlustverstärkungsrate. Diplomatie. Entschuldigung. Konfederationen sind gerade eben nicht möglich. Niemand ist gewillt dazu. Ach so, ja. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, durch, ähm, die, ähm, Ausbau einer solchen Stadt, also durch die Spezialisierung einer solchen Stadt, generieren wir mehr von diesen Stahl- und Steinsachen. Das ist mega wichtig. Weil ansonsten hätten wir natürlich nie die Möglichkeit, diese größeren, ähm, Staatsangelegenheiten, Aktionen hier durchzuführen, ne? Sonst würden wir niemals auf sechs oder sieben kommen. Also jedes Mal, wenn wir eine Stadt, einen Geschäftsbezirk verwandeln oder eine Festungsstadt, generieren wir da oben einen mehr, der dann aber auch für diese Sache erstmal nochmal zur Verfügung stehen bleibt. Also der ist jetzt hier für Stein, äh, für Stahl gemacht worden. Wenn ich jetzt ein Geschäftsbezirk demnächst mache, wenn das hier gemacht ist, dann bekomme ich hier nochmal ein paar Steine, dann habe ich insgesamt schon mal Sechse. Das ist noch eine sehr, sehr wichtige Kerninformation für euch, wie das System funktioniert. Aber es ist am besten, wenn man es sieht. Sehr ungünstig. Da geht's schon los, ich... Das war gerade eine komische Kameraperspektive, wenn ihr mich fragt. Ich war ein bisschen verwirrt. Wo bleiben sie denn? Ich sehe sie nicht mal. Manchmal neigt die KI auch... Wow, da hinten sind sie jetzt. Okay. Da sind sie. Ihr rennt jetzt ganz schnell da hin, weil von da kommt ja nichts. Ihr stellt euch sofort hier hin. Und ihr da. Und du hier. Ey, warum macht ihr eigentlich nicht, was ich euch sage? Es ist immer wieder nicht zu glauben, wie dieser Plänkel-Modus manchmal halt auch wirklich zu einem Hindernis kommt. Also ich mag ihn schon. Aber manchmal... Manchmal... Manchmal ist er purer Schmerz. So, wir haben es aber geschafft, unsere Fernkämpfe zu retten, wie ihr seht. Und es gibt nichts, was uns jetzt hier gerade eben noch angreifen würde. Dann fangt mal an zu ballern, Freunde. Hier gibt es nämlich ein paar Kameraden, die ihr fett weg wollen. Vor allem der da. Ich habe keine Ahnung, auf was die da warten. Wenn sie nicht zu mir kommen, komme ich halt zu ihnen. Ich glaube, jetzt haben wir es im Griff. Nur der Anfang war ein bisschen stressig. Jupp. Gemacht. Und dann nehmen wir natürlich auch wieder die Verlustverstärkung. Das Schöne ist, für jede dieser Siege bekommen wir halt hier nochmal eine Reduzierung, wie wir gerade eben sehen. Das ist äußerst schön. Was nicht so schön ist, ist, dass uns jetzt hier das Geld fehlt, um das hier zu machen, was ich die ganze Zeit machen möchte. Wir können aber theoretisch ein bisschen Ärger machen gehen. Jenseits der Grenze. Und hier schon mal den Gegner so ein bisschen schwächen. Das ist aber nur so eine Idee. Ob es eine gute ist. Steht auf einem ganz anderen Blatt. Will ich hier schon direkt Zähmer von exotischen Tieren machen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ne, ich hole mir den Yin-Bonus dafür und baue diese Siedlung noch weiter aus. Und das hier auch. Ja, wie gesagt, hier müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wie weit bist du eigentlich, mein Freund? Ah, der ist auf dem Weg. Achso, stimmt. Die Typen, die sieht man ja nie, wo sie gerade eben sind. Hier ist er. Ja, er wird noch zwei Runden brauchen. Ja, das Spiel muss jetzt natürlich erstmal ihn hier noch laufen lassen, logischerweise. Habe ich noch nie gemacht in der Ebene, die Runde beendet. War gerade mein allererstes Mal. Nach tausend Spielstunden in diesem Spiel. Ja, ihr habt richtig gehört. So, jetzt zahlen wir weniger für unsere Yang-Einheiten. Ist auch schon mal gut. Roben von Shang-Yang. Geburt nur Zauber. Wind. Boah, ich finde den Wind-Zauber eher mäßig. Als nächstes würde es sich natürlich jetzt anbieten, dass wir die Kosten für die Yang-Einheiten noch reduzieren. Deswegen holen wir uns ja die Pfeile des Mondes. Investition in der Zukunft. Mhm. Hier ist noch keine Verschleißzone. Das wären richtig gute Sparing-Partner, ich sag's euch. Gegen die möchte ich mich gerne, äh, stellen dürfen. So, du bleibst jetzt erstmal hier. Das lassen wir jetzt hier gerade eben auch erstmal nochmal sehen. Ähm, Yang-Yi. Bauen wir auch noch mehr hinaus. Woher ist die promised unity? Wir arbeiten daran. It's a work in progress. Ähm, noch mehr Wachstum. Genau. Und sobald die da sind, ist die Sache mit dem Geld eher ledig. Wir schauen mal wieder auf die Diplo. Lamianische Schwesternschaft, ne, interessiert mich nicht. Raikland, möchte ich gerne militärischen Zugang haben, ja. Konföderation leider nicht möglich. Also, ich kann euch nur empfehlen, guckt jede Runde. Es kann sein, dass ihr plötzlich was konföderieren könnt. Das ist durchaus möglich. Und, we are almost ready. Jetzt muss ich schon wieder kämpfen, wie oft denn noch? Aber das durfte... Ich fasse es einfach nicht. Ich habe mir mal erlaubt, das Ganze ohne euch jetzt hier zu spielen, weil das haben wir jetzt schon zweimal in dieser Folge gehabt. Äh, ja, wir bauen trotzdem jetzt hier noch weiter aus. Denn, ähm, wir können diese Boni alle gebrauchen. Karkazorn wurde vernichtet, genauso wie die diverseste andere Fraktionen. Leider noch keine weitere Konföderation möglich. Aber das macht nichts. Gut. Die haben sich jetzt hier verzogen. Ich bin jetzt tatsächlich dazu in der Lage, die rote Festung zu nehmen. Ja, why not? Okay, das Spiel prophezeit uns jetzt hier eine mannhafte Niederlage. Und, oh, natürlich nimmt er mir die Kui-Jin jetzt hier weg, wenn ich das tue. Das ist tatsächlich eine schmerzhafte Kiste. Ne, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das nicht. wir gehen wieder zurück und werden da dann regenerieren. Es war ein Versuch wert, aber er ist gescheitert. Muss man leider so sehen. Noch mehr Verkaufswert und jetzt sind sie in Ehren gerade da. Nächste Runde. Haben wir das Geld, Freunde? Dann ist es da. Zip. Und wir haben sogar nochmal den Verkaufswert nochmal ein bisschen gesteigert. Und dürften durch den Wei-Jin-Kompass ja auch diesen mega fetten Waff bekommen haben. Lass mich in Ruhe, du komische Rade. Angekommen. So, okay. Also wie gesagt, das war ein Versuch. Versuch macht klug. Was? Ey, Reikland, wann schaffst du es einmal im Reiche des Chaos zu überleben? Das wäre doch mal was, wenn du das mal schaffen würdest. So, wir werden jetzt die astromantischen Verstärker hier errichten. Und stehen damit eigentlich jetzt hier schon weitgehend richtig, um die Verteidigung von dem hier als einen zu richten. Was holen wir uns denn noch für Truppen? Ich glaube, ich mache nochmal ein bisschen billige Truppen noch dazu. Eine Kanone wäre jetzt, glaube ich, ganz sinnvoll. Und wir holen uns noch so... Ach, wir holen uns zwei, dann kann ich die hier miteinander vertauschen. Der Wei-Jin-Kompass ist hier wieder fertig. Wir gehen jetzt auf Kontrolle und Einkommen aus allen Gebäuden. In der Diplomatie geht, glaube ich, nach wie vor nix. Ne, da geht nichts. Ich finde es krass, wie Reikland jedes Mal hier den Bach runtergeht. Wirklich jedes einzelne Mal. Der kehrt zurück. Der hier kann losgeschickt werden. Dieses Mal schicken wir ihn nach Marienburg. Ja, nach Marienburg. Wachstum kann hier noch geschleunigt werden. Beziehungsweise die öffentliche Ordnung kann hier verbessert werden. Und ja, ihr seht, so schnell geht die Kohle halt dahin, die wir uns hier mühsam angearbeitet haben. Geht schneller weg, als man gucken kann. Gott, hier geht ja auch noch was. Hier beim Gold noch mehr hin. Nächste Runde. Und dann werden wir, wenn wir Glück haben, noch in dieser Folge den Effekt erleben, wenn dieses Gebäude fertig gebaut ist. Dauert halt fünf Turns. Ernsthaft. Tja. Da sind wir wieder, ne? Aber wisst ihr was? Auch das zeige ich euch nicht. Bis gleich. Wobei es theoretisch zeigenswert wäre, das ist keine der üblichen Überfälle. Das ist ein richtiger Angriff mit einer ausgewachsenen Oga-Armee. Und das auch noch im Hinterhalt. Der sind wir hier natürlich leider nicht wirklich gewachsen. Das zerlegt uns jetzt leider diese Truppe. Ja, das fällt dann wohl unter das Thema Investitionsrisiko, ne? Schade. Schade, schade, schade. Äh, lebt der noch? Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Ne, natürlich lebt der nicht mehr. Der ist erledigt. Äh, ja, dann brauchen wir einen neuen. Oh, der Start, oh, bevorzugt finde ich ziemlich gut. Der hat nämlich von Anfang an schon gute Einheiten. und dann schicken wir den nämlich jetzt statt des anderen los. Ja, und direkt ein. Mit den Einheiten, die er hat, kann er nämlich vielleicht ein bisschen mehr bewirken. Gut, äh, wir sind fast fertig hier. Naja, was heißt fast fertig? Es dauert leider immer noch ein bisschen und wir können es gerade eben nicht wirklich beschleunigen. Also sorgen wir einfach mal dafür, dass wir einfach hier nochmal sinnvolle wirtschaftliche Dinge errichten. Wir werden auch, glaube ich, keine Konföderation oder sowas in der Art und Weise hier machen können in diesem Moment. Nächste Runde. Dann erleben wir wenigstens das da noch. Und wie gesagt, das habe ich auch vor, dieser in dieser Folge noch zu bringen. Es sei denn, das Spiel knallt mir jetzt hier wieder jede Runde so eine komische Überfallsnummer rein. Äh, wir nehmen die Abkürzung, ja. Ich wusste gerade eben nicht so recht, was ich damit anfangen soll. Genau, du hurryst jetzt mal hier hin, weil du bekommst nämlich jetzt deine erste Kriegstrommel, mein Freund. Und rausnehmen tue ich dafür einen der normalen Nahkämpfer. So. Dann kannst du jetzt hier wieder zurück da reingehen. Und das ist jetzt schon mal aus meiner Sicht eine ziemlich nette Armee. Wir werden wahrscheinlich später noch die Anzahl der Jadekrieger insgesamt noch weiter reduzieren. Aber das erstmal nur so als Planung. So, noch mehr Geschwindigkeit für die Onyx-Männer. Ihr seht, die könnt ihr wirklich massiv buffen, die Jungs. Wir sorgen hier noch für mehr Einkommen und noch für mehr Kontrolle. Die Diplomatie sagt, dass hier einfach alles gerade eben still und starr wie der See im Winter steht. Oh, und jetzt haben wir den Astromanten. Für den muss ich eigentlich auch noch fast Platz in der Armee schaffen. Also ich glaube, die schaffen das. Mit übertriebenen Verlusten, die absolut nicht nachvollziehbar sind. Mütterchen wissen es am besten. So, so, so. Du übernimmst nochmal eine Unit von ihm. Wir brauchen nämlich nicht so viele Nahkämpfer in diese Armee. Dann hole ich mir am ersten noch hier einen Astromanten noch in die Armee. Einfach, weil die auch sehr, sehr coole Zauber mit sich bringen und später noch einen Wujin Kriegskompass haben. Als in Anführungszeichen Reittier. Ähm, wir könnten jetzt etwas machen, um das jetzt zu beschleunigen, aber es sind nur noch zwei Turns, deswegen spielt das für mich jetzt gerade eben keine so große Rolle mehr. Die Beschleunigung sehe ich jetzt gerade eben nicht als absolut gerechtfertigt an, wenn ihr mich fragt. So. Denn, wir erleben das ja jetzt noch, ne. Ich stelle mich jetzt absolut hier schon strategisch so ein bisschen auf, weil wir kennen das ja schon von diesen, ähm, ja, Waldelfen-Invasionen. Die sind dann so in verschiedenen Punkten um die Stadt so herum und, äh, ich versuche mich jetzt hier auch so ein bisschen entsprechend strategisch zu positionieren, damit ich die schnell abarbeiten kann. Können wir uns noch das da und das und auch noch das. Und dann war meine Kohle schon wieder beim Teufel. der will jetzt in Frieden mit mir. Ja, das kann man tatsächlich sogar machen. Gibt einfach keinen Grund mehr, mit ihm im Krieg zu bleiben. Okay, Johann Bull Grundstein. Der Grundstein der großen Bastion wurde gefunden. Entweder kaufen wir ihn ab, dann bekommen wir mehr Kontrolle oder wir erpressen die Händlerin, bekommen dafür Geld, aber haben weniger Führerschaft. Äh, ich nehme die Kontrolle. So, Einfall der Echsenmenschen, wie ihr sehen könnt. Et beginnt hier an verschiedenen Punkten. Eins, zwei und ich weiß gar nicht, wo ist der dritte Punkt. Das war der erste, der zweite ach und der dritte ist irgendwo da. So, am Anfang sind sie schwach. Es ist auch ein Hinterhalt von uns. Easy. Wenn man sie halt kommen lässt, werden sie halt stärker, dann dreht sich so ein bisschen das Schlachtenglück und das müssen wir alle drei jetzt hier besiegen. Ah, hier ist der nächste, genau. Level up, Level zwölf. Damit haben wir jetzt den himmlischen Verwalter freigeschaltet. Den gönnen wir uns jetzt auch. Na, ihr erinnert euch, Abkühlzeit für Zauber, Rang bei Heldenrekrutierung von Astromanten, Rang für drachenblütige Shogengarn bei Rekrutierung. noch mehr Mobilität und er macht die harmonische Konvergenz mal auf Maximum, weil ich das einen sehr, sehr guten Zauber finde. Hier wird es genauso leicht sein. Jo. Plonk. Verlust Verstärkungsrate. Und theoretisch haben wir das Ganze jetzt schon geschafft. Na, ihr seht's, hier oben, fünf Turns Abklingzeit und das Ding ist für uns benutzbar. Wir gehen hier auf unachgiebig bei ihm. Und wir sehen das jetzt auch hier schon. Ihr seht, das Schloss ist weg. In fünf Turns können wir diesen Effekt dann benutzen. Aber trotzdem müssen wir natürlich noch diese Äxten hier wegmachen. Das wird so, ja, ich sag jetzt mal beiläufig von uns gemacht. Und wir bauen hier natürlich noch weiter unsere Siedlungen aus. So gut, wir es vermögen. Hin und wieder mal ein Blick auf die Diplom. Die Nomaden sind vielleicht demnächst konföderierbar. Hochland. Warte mal, ich gucke mal, ob das Hochland mit mir einen Handel macht, wenn ich einen Krieg beitrete. Ach, Junge des Schlunz, hab ich gerade mir das Frieden gemacht. Nee, das kann ich nicht machen. Das ist sehr schade. Dann holen wir uns wenigstens das bisschen Geld hier noch. So, letzte Runde. Bevor wir das Problem gelöst haben. Und es geht hier zum Glück rasend schnell. Ja, ist gut, du komische Ratte, mit dir mache ich keinen Frieden. Oh, einen Jäger. Den hole ich in die Armee mit rein. Jedes bisschen hüftig. Ah, ja genau, das ist auch noch so eine Quest-Schlacht, Freunde. Die wir uns jetzt auch gerade eben noch mal ganz, ganz kurz mal anschauen können. Da wissen wir nämlich gar nicht, gegen wen wir kämpfen würden. Der Fangzahn des Drachen. Moment. Die sind jetzt hier schon da, wie ihr seht, aber es ist keine besonders große Truppe. Easy peasy. Erledigt überraschend viele Verluste für das, was sie da aufgestellt haben. Muss man schon sagen. So, und so läuft das jetzt halt ab bei jeder von diesen Siedlungen, Freunde. Wir werden beim nächsten Mal dann uns wahrscheinlich dann um den Fangzahn des Drachen kümmern. Ich hole mir jetzt hier nochmal den Bonus in dem eigenen Territorium. Ihr seht jetzt, jetzt machen wir deutlich mehr Geld, weil die Einheiten weniger kosten. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich geguckt, ob es beide betrifft. Ich glaube, es betrifft beide. Ich bin mir nicht ganz sicher. 118 kosten die gerade eben. Ne, es betrifft nur seine Armee. Hier 80, wie ihr sehen könnt. Ja, es betrifft nur seine Armee. Okay. Aber ihr seht, wie billig dadurch seine Armee wird. Und dadurch, solange ihr euch in eurem eigenen Territorium aufhaltet, mit ihm werdet ihr einen Haufen Geld einsparen. Ich sag's euch, es ist schön. Es ist sehr, sehr schön mit ihm. Gut, wir werden beim nächsten Mal morgen uns dann mal Mütterchen anschauen. Den neuen Charakter, der hat nämlich morgen Embargo fallen. Und danach geht's wieder zurück zum Changeling und so weiter. Ich bin der Weil auf der Gamescom. Macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.